Hey hohe Leute, willkommen zurück zu Borderlands 2DLC Talk. Jetzt haben nämlich alle wieder volles Leben. Gleich mal mit der Shotgun drauf. So, hier hoch. So. 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 So, kommt her. So, ich brauche... Ich muss die scheiße Scott-Copter ausschalten. Mann! Fuck it! Ey, die Mission legt grad auf. Halt die Fresse, Twork! So, jetzt kann ich wenigstens so schonmal Schaden machen. So. So. So, komm her, du scheiße Scott-Copter. So. 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 So, wir müssen her. So. 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 Das schaffe ich schon wieder nicht. ja ja neuer skin du mich auch ich brauche raketen ich glaube ich gehe dann nach der wenn ich das jetzt wieder ich werde es noch ein paar mal versuchen wir nicht dann wieder nicht schaffe leute gehe ich in die stadt wohl ein paar goldene key gehen die stadt und dann verkaufe ich die waffen ok da hätte ich gern geschützt ich schaff's nicht das weiß ich jetzt schon damit ist hier ein relativ kurzer part werde ich immer goldene keys aus dem internet suchen und die dann benutzen um mir besser waffen zu holen ich hasse kopter ich hab mich schon mal aber wenn ich ihn nicht packe gehe ich hier hin mach den so mach den alter und kehr hier kommt ja dann leute dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder während die übe bis ich die kieße zu habe und wieder hier stehe bis dann eure super leute tschü 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 die kieße da die kieße Vielen Dank.